Neun Möglichkeiten, ihn dazu zu bringen, an dir zu kleben. Eine Beziehung zu Beginn ist nur ein Teil des Puzzles. Sie dauerhaft zu machen und den Mann, mit dem du zusammen bist, zu behalten, ist eine ganz andere Sache. Nein, du musst dich nicht komplett ändern, es sei denn, du hast das Bedürfnis dazu. So tun, als wärst du jemand, der du nicht bist, oder dich verbiegen, um ihm zu gefallen. Taktiken und Psychospiele sind nicht nötig, das könnte nur mehr schaden als nützen. Es gibt einige weitaus einfachere und effektivere Dinge, die deinen Mann dazu bringen, wie Klebstoff an dir zu kleben. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann hör einfach weiter zu. Wir haben ein paar Geheimnisse parat, die sich als hilfreich erweisen und Licht in die Denkweise der Männer bringen könnten. Denn egal, wie oft wir hören, dass sie simple Kreaturen sind, haben sie ein Talent dafür, alles zu komplizieren. Also fangen wir an. Erstens, bring ihn dazu, Teil deines Lebens sein zu wollen. Die erste Beziehungsregel sollte lauten, hab ein Leben außerhalb deiner Beziehung. Meistens geben verliebte Frauen ihre Wünsche, Träume, Hobbys, Freunde und Ambitionen auf und machen einen Mann zum Zentrum ihres Universums. Das an sich schon ist das Rezept für eine Katastrophe. Wenn du dich selbst vernachlässigst, wirst du einen Mann dazu bringen, genau das Gleiche zu tun. Wenn du ständig nach seiner Pfeife tanzt und dein Leben für ihn lebst, wird er das selbstverständlich hinnehmen und dich schließlich als selbstverständlich hinnehmen. Du solltest dir viel Zeit nehmen und sie mit deiner anderen Hälfte verbringen, aber das bedeutet nicht, ihm dein Leben zu widmen. Erschaffe ein Leben für dich selbst, auf das du stolz bist. Nimm dir Zeit für deine Freunde, probiere etwas Neues aus und praktiziere die alten Dinge, die du liebst. Er wird dich dadurch mehr schätzen und sich bemühen, ein Teil deines erstaunlichen Lebens zu sein. 2. Sei selbstbewusst oder versuche es zu werden. Ja, ich weiß, es ist ein Klischee, aber das macht es nicht weniger wahr. Selbstvertrauen und Selbstliebe sind der Schlüssel, um dein Leben in den Himmel auf Erden zu verwandeln und ihn wie Klebstoff an dir kleben zu lassen. Männer haben einen sechsten Sinn, wenn es um Selbstvertrauen geht. Sie können es spüren und sie empfinden es als eine der wichtigsten weiblichen Tugenden. Eine Frau zu sehen, die mit den Füßen fest auf dem Boden steht, ihren Wert kennt und keine Angst hat, ihn zu zeigen, ist äußerst attraktiv. Selbstbewusste Frauen sind frech, verspielt, kokett und unkompliziert, sodass Selbstvertrauen zu ihrem wichtigsten Verführungsinstrument wird. Wenn es dir also in diesem Bereich mangelt, tu etwas, um dein Selbstvertrauen zu stärken und eine bessere Beziehung zu gewährleisten. 3. Wenn du einen Gang runterfährst, wirst du bessere Ergebnisse erzielen. Es ist fast so, als wäre etwas in unsere weibliche DNA integriert, das uns dazu bringt, hart zu arbeiten, um die Aufmerksamkeit einer anderen Person zu bekommen. Wir geben zu viel, sorgen uns zu sehr und bemühen uns zu sehr und früher oder später geht es nach hinten los. Was wir tun müssen, ist, jemandem entgegenzukommen. Bemühe dich gleichermaßen. Hör auf zu schieben, zu ziehen und zu erzwingen und lass viel mehr zu, dass sich das Ganze von selbst entwickelt. Ganz einfach, oder? 4. Sei nicht zu streng mit ihm Du musst verstehen, dass ein männliches Gehirn anders funktioniert als ein weibliches und dass es sicherlich einige Meinungsverschiedenheiten geben wird. Eure Logik ist unterschiedlich und ihr werdet nicht immer einer Meinung sein können. Denk dran, dass nicht alle Fehler korrigiert werden müssen. Verhelle deine Schlachtenweise und setz dich für die Dinge ein, die dir wichtig sind. Lass nicht zu, dass es zu Auseinandersetzungen wegen einiger Kleinigkeiten kommt, wie zum Beispiel dem hochgelassenen Toilettensitz oder nicht rausgebrachten Müll. Es ist die Energie nicht wert. Die Wahrheit ist, und es ist nicht böse gemeint gegen manche Männer, die das vielleicht hören werden, dass Männer manchmal zwölfjährige Jungs sind, die in die Körper erwachsener Männer gepackt wurden. Sie spielen Online-Videospiele, vertiefen sich in eine Aktivität oder starten ein brandneues Hobby, das für dich absolut keinen Sinn macht, aus heiterem Himmel. Und du stehst einfach da und weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Das Beste, was du tun kannst, ist mitzuspielen, einige gemeinsame Interessen an allem zu finden oder einige Dinge, mit denen du dich beschäftigen kannst, während er seine Kindheitsträume verfolgt. Nörgeln verdirbt einfach alles, mitspielen ist viel besser. 6. Komplimente Obwohl die meisten Männer es nie zugeben würden, lieben sie Komplimente. Sie wollen wissen, was du denkst und wie du sie wahrnimmst. Sie wollen wissen, dass sie dich mit einem Lächeln vom Hocker reißen können, egal wie viel Zeit vergangen ist. Also mach ihm Komplimente. Sag ihm, dass er süß ist, niedlich, sexy und was auch immer du im Moment wirklich denkst. Zögere nicht. Im Gegensatz zum Volksglauben brauchen Männer genauso viel Zuneigung und Aufmerksamkeit wie Frauen. Ein weiterer nützlicher Ratschlag, der Wunder für euch beide bewirken wird, ist, dankbar zu sein und ihnen wissen zu lassen, dass du etwas schätzt, was er getan hat. Es spielt keine Rolle, ob er den Müll einfach rausgebracht hat. Es bedeutet, dass du es nicht tun musst. Sag ihm, dass er großartig ist, es kostet dich nichts, aber es wird ihm viel bedeuten. 7. Küssen, umarmen, kuscheln Körperliche Nähe ist wichtig, auch an den Tagen, an denen du nicht in der Stimmung bist, Liebe zu machen. Sie schafft Verbundenheit neben dem Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit. Es ist Intimität auf einem höheren Niveau und es ist wichtig, sie zu erhalten. Lass also nicht zu, dass eure alltäglichen Pflichten euch davon abhalten, euch oft zu küssen, viel zu umarmen und zu kuscheln, bis ihr nach einem anstrengenden Tag vor dem Fernseher einschlaft. 8. Rüttel das Ganze ein wenig auf Die Routine ist großartig, sie ist vertraut und komfortabel, aber sie kann leicht super langweilig werden und euch auseinandertreiben. Achte also darauf, dass du das Ganze ein wenig umgestaltest, indem du etwas Neues präsentierst. 9. Arrangiere ein Date-Abend, spiele einen Streich, kauf ein paar sexy Dessous. 10. Sei erfinderisch, überrasche ihn mit etwas Unerwartetem. Ab und zu wird die Veränderung wie eine Brise frischer Luft sein, die eure Beziehung wieder zum Leben erweckt. Und euch daran erinnert, warum ihr euch überhaupt ineinander verliebt habt. 9. Sorg dafür, dass ihr weiß, dass du an ihn glaubst und hinter ihm stehst. 10. Sei seine Unterstützung. Sag ihm, er soll versuchen, ein Risiko einzugehen, wenn du glaubst, dass er auf einem guten Weg ist. 11. Sorg dafür, dass er weiß, dass du auch dann da sein wirst, wenn er bei etwas versagt. 12. Er wird dich nie um deine Unterstützung bitten, aber das bedeutet nicht, dass er sie nicht braucht. 13. Er denkt nur, dass es nicht männlich ist, wenn er das tut. 14. Mit diesen neuen, simplen Dingen baust du eure Freundschaft auf und schaffst eine intimere Beziehung zu deinem Partner. 15. Du näherst dich ihm körperlich und geistig. 15. Er wird natürlich öfter bei dir sein wollen, sich dir anvertrauen und eine schöne Zeit mit dir verbringen. 16. Er wird nie zu lange von deiner Seite weichen wollen, weil er deine Gesellschaft so sehr genießt. 17. Meistens vergessen wir die kleinen Dinge im Leben, die einen großen Unterschied machen. Ahmet 22. 32. 23. 31. 26. Vielen Dank.